Hallo liebe Freunde und willkommen im Charlemagne Studio. Ja, hier sind wir mal wieder zurück. Neben mir steht der Maik, mein Name ist Maggi. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir seinerzeit, das haben wir mit Chris zusammen, hier ein Bartglätteisen vorgestellt haben. Das hat dazu geführt, dass ich das Ganze so ein bisschen weiterführen wollte und habe dann lange Zeit mit der Geschäftsführung gekämpft, um ein gewisses Budget zu bekommen, um dann halt auch weitere Tools zu kaufen. Es hat nur ein halbes Jahr gedauert und dann wurden 16,50 Euro tatsächlich locker gemacht und in diesem Sinne haben wir uns dann einfach mal einen Bartumhang gegönnt. Was hat es damit auf? Das seht ihr jetzt. Ja, liebe Freunde, ein Umhang, den man am Spiegel befestigen kann, um sich zu rasieren. Ihr kennt es vielleicht von zu Hause, du kennst es bestimmt von zu Hause, wenn die Rennleitung mal wieder meckert, es sind Haare im Waschbecken. Dem soll man hiermit entgehen können und ob dem auch so ist, werden wir gleich mal probieren. Was haben wir hier bekommen, Maik? Einmal die Pinockel, klasse Sache. Die kommen natürlich eigentlich an die Spiegel und den Umhang selbst. Ja, das ist der Umhang. Du kennst es da, glaube ich, ein bisschen besser aus dem Shop. Dort werden natürlich auch Umhänge genutzt. Das ist nur ein bisschen kleiner. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleines Ballettkleidchen. Ja, Leute, ihr seht eine Schürze. Ihr verbindet das Ganze an eurem Hals. Genau. Ähnlich wie bei den ganz normalen Kitteln, die ihr auch aus dem Shop kennt. Und nun soll anhand dieser Pinockel, hier sind zwei Laschen, das Ganze am Spiegel befestigt werden. Ist jetzt ein bisschen doof zu präsentieren, weil wir halt, ihr seid jetzt quasi der Spiegel, guckt mich an. Ich sehe mich gerade. So ist das Ganze aufgebaut, sodass die Barthaare automatisch beim Trimmen hier reinfallen. Und wie das Ganze wirkt, sehen wir jetzt vor dem Spiegel. Ein Pinockel für die rechte Seite. Die Haken kann man dann justieren in eure Richtung oder in meine Richtung. Machen wir es jetzt einfach mal. Und dann spiegelverrückte Seite. Ich glaube, es gibt kein neues Budget für verrückte Barthaus. Die Ösen werden hier eingehangen. Und schon sieht man, ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier drunter wäre ein Waschbecken. Ösen halten schon mal nicht so gut, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber wir können ja umdrehen. Und ihr seht, man hat eine Art Rutsche für die Barthaare. Im Grundeigen, finde ich, ist das keine schlechte Sache. Also was man auf jeden Fall anmerken muss, diese Laschen sind zu groß, die gehen von alleine raus. Was sagst du dazu? Ist er überhaupt im Bild? Ne. Ja. Verkehrt ist ihm nicht. Es ist nicht schlecht, ne? Aber das Loch da unten soll ja nichts im Bücken reinkommen. Meine Frau schimpft immer, wenn die Haare im Bücken sind. Aber ich hatte es nicht leicht. Mein Fazit. Dieser Ausschnitt ist definitiv zu groß. Wenn man sich hier gerade an der Hals liegen, rasiert, werden die Haare unter den Kittel fallen, auf den Klamotten hängen bleiben. Ne. Also mein Fazit ist, das ist nichts. Ich denke, der Klettverschluss ist hier nicht zweckdienig. Hätte man dort eine Schnur, könnte man das Ganze enger ziehen und somit auch diese Öffnung oben am Hals zu reduzieren. Verringern, ne? Genau. Die Haken, die sind ausbaufähig. Aber dafür hat man jetzt auch in der Regel eine Heißkleber, eine Heißkleberpistole. Dann macht man ein Tröpfchen dran. Dann kommt das auch nicht mehr ab. Wie teuer war das Ding? 8 Euro. Würdest du es ausgeben zu Hause? Nicht wirklich. Ich glaube, ich würde es auch nicht ausgeben. Kein gutes Tool. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wie man den Namen so schon sagt, totbar me. In diesem Sinne, bis bald. Schau. Ciao. Ciao.